Hallo, schön dich zu sehen. Mein Hobby ist Volleyball spielen. I like Volleyball. Aber was ist denn der Unterschied zwischen I am playing Volleyball und I play Volleyball? Im Deutschen heißt beides, ich spiele Volleyball. Denn wir haben im Präsens nur eine Gegenwartsform. Im Englischen hat das Präsens jedoch, wie alle anderen Zeiten im Englischen auch, zwei Formen. Und du musst immer genau überlegen, welche Form die richtige ist. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diese beiden englischen Gegenwartsformen, das Simple Present und das Present Progressive, bildest, verwendest und welche Signalwörter dir dabei helfen, sie zu erkennen. Am Ende weißt du dann, was genau die beiden Formen unterscheidet. Beginnen wir mit dem Simple Present. Um das Simple Present zu bilden, verwendest du einfach das Verb im Infinitiv, also seiner Grundform, ohne to. In der dritten Person Singular muss ein S an das Verb herangehängt werden. Also merke dir, he, she, it, das S muss mit. Das Verb to sleep, schlafen, in allen Personen heißt... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.